Musik Create your world, ein Zukunftsfestival der nächsten Generation, bei dem sowohl Forscherinnen und Forscher als auch Kinder und Jugendliche ihre zukunftsweisenden Ideen und Projekte im prominenten Rahmen der Arise Elektroniker präsentieren können. Für eine ganze Kulig-Geschichte ist die Trennsportart Boss-Botscher. Es wird am Parkhaus gespült, auf der Straße, überall. Der Witz ist, dass die Bälle nicht rollen. Die Distanz zwischen den Schäden wird durch die elektromagnetische Waffe getestet. Wenn wir in diesem Spiel spielen, spielen die Spieler sehr leicht. Ein besonderes Event von Create your world ist der U19-Wettbewerb. Im besten Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird viel Platz eingeräumt. In einer Ausstellung ist zu sehen, wie sie ihre Welt schaffen und gestalten. Wir haben heuer wirklich sehr spontan uns entschlossen, ein eigenes Festival für Junge, für euch zu machen. Denn letztendlich ist uns allen ganz bewusst, ihr seid es, die uns die Zukunft gestalten. Ich versuche schon lange ein Perpeto-Mobile zu entwickeln. Es gibt ziemlich viele Leute, die sagen, dass das unmöglich ist, unter anderem Faraday, aber ich gebe nichts drauf. Ich mache viel gerne Sachen mit Medien und sowas und dann habe ich da mitgemacht. Wie ist das mit diesem Apache-Tanz-Style? Was muss man da machen? Verrückt oder so? Der erste Preis, die Goldene Nika, ging dieses Jahr an die HBLA Linz und die HTBLA Leonding für ihre Weltherberge Schulhaus. Es haben sich Leute nacheinander aufgelegt und dadurch entstehen diese Schichten. Also diese Geschichte, was eben auf dem Bildschluss passiert ist. Wenn es im Unterricht passieren kann, kann man zeigen, dass diese Sachen, das mediale Unterricht, ein wichtiger Teil in der heutigen Informationsgesellschaft ist. Der Marc soll mitmachen. Das ist eine gute Sache. Verwirklicht eure Ideen.